Die dritte Rauhnacht Die dritte Rauhnacht findet vom 26.12., dem zweiten Weihnachtsfeiertag, zum 27.12. statt. Sie ist dem Monat März zugeordnet, dem Monat mit der Frühlingstag- und Nachtgleiche und dem Sternzeichen Fisch. Das Räucherwerk dieser Rauhnacht sind die Jasminblüten, der Jasminweihrauch oder Tonkabohnen und das ätherische Öl ist das Jasminöl. Du kannst aber gerne eine fertige Räuchermischung für die Rauhnächte nehmen oder intuitiv auswählen, was für deine Stimmung zum heutigen Tag am besten passt. Die Themen der dritten Rauhnacht sind die Herzöffnung, die Selbstliebe, die Dankbarkeit und der Neubeginn. So, wie du im März bereits die ersten Gemüsesorten, wie Zwiebeln oder Radieschen, aussehen kannst und mit der Anzucht weiterer Pflanzen beginnen kannst, so kannst du nun aus der Ruhe des eher dunklen Winters deine Samen in Richtung Aufbruch und Neubeginn auf dem Boden deines Herzens aussehen. 1993 hat das Heartmass Institute nachgewiesen, dass sich um jedes Herz ein messbares und kraftvolles Energiefeld von ca. 2,5 bis 3,5 Meter Durchmesser befindet. Damit hat das Herz die stärkste und weitreichendste Abstrahlung deines gesamten Energiefeldes in Form von elektrischen und magnetischen Wellen. Auf dieses Herzfeld kannst du mit Emotionen wie Liebe, Dankbarkeit, Wertschätzung, Demut und Warmherzigkeit Einfluss nehmen. Es verbindet sich mit anderen Herzfeldern im Raum. So kannst du ohne das Wissen deines Gegenübers ihr oder ihm gute Energie zukommen lassen. Beschäftige dich mit folgenden Fragen. Wo lebst du Herzlichkeit? Was macht dir Freude? Was lässt dein Herz strahlen? Wo fühlst du Selbstliebe in deinem Herzen? Wo ist dein Herz offen? Wo verschlossen? Wo darfst du beginnen, dein Herz nun zu öffnen? Katrin Krieger schreibt in ihrem Gedicht Herzensangelegenheiten Dinge, die von Herzen kommen und mit Liebe behaftet sind, erreichen, wofür sie gegeben werden und erfüllen somit ihren Sinn. Die von mir gezogene Karte zum März kommt aus dem Deck Seelenmedizin von Lisa Bierritz und ist die Erde. Dies passt wunderbar zum Frühling und darf dich daran erinnern, du lebst nicht nur auf der Erde, du bist ein Teil von Mutter Erde. Mache dir diese Verbindung bewusst und beziehe sie in deinen Herzöffnungsprozess mit ein. Siehe gerne für dich eine eigene Karte. Die Anleitungen zur Karte, zu deinen Notizen, zur Meditation etc. findest du im ersten Rauhnacht-Video. Wann immer es dir möglich ist, gehe in die Stille. Wann immer es dir möglich ist, dass du im ersten Rauhnacht-Böckffelle nämlich zum Frühling nicht nur auf der Erde benötigt, Vielen Dank.